Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Horror Let's Play. Wir spielen heute Craven Mano, ein Gratis-Horror-Spiel, das sehr cool ist und ich glaube, wir werden uns jetzt in den Rosen schießen. Und ich bin heute zusammen mit 2000 Tore Bayern Spezial. Ein Spezial, das? Hallo? Das spricht für ihn. Nein. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt gleich. Aber jetzt schon so, sonst ist es. Ich warte kurz. What? Ja, dieses Horror-Spiel geht um, keine Ahnung, so komische Puppen. Sehr creepy. Man kommt in ein Haus, wie ihr hier seht, eine Villa. Also, Displays habe ich noch nicht angeschaut, also wir machen das jetzt blind. Also, wir wissen nicht, was es hier ist. Auf jeden Fall, weil es ja nur, dass es hier so Statuen oder Puppen gibt. Da vorne ist eine. Wir folgen einen und die erschrecken einen noch mehr als ein Slenderman. Jo. Und ich hoffe, der Spiel-Sound ist jetzt nicht so laut, weil, aber, ja, ich nehme jetzt über das Hetze da. Was? Na ja, auf jeden Fall. Okay, ich will schnell diesen Typen anschauen. Der macht mir jetzt so. Was ist da unten der Tisch so lieb? Da unten leuchtet der Tisch. Boah, schaut mich an! Oh mein Gott! Scheiße! Okay, dieser Part wird, glaube ich, jetzt 20 Minuten dauern und wir fangen jetzt erstmal an und ich bin gerade dran, denn kannst du schon spielen? Dankeschön. Ja, ich weiß, dieser Display ist jetzt voller Fails. Irgendwie. Wir gehen jetzt einfach mal hier drüben. Dann sollen wir uns doch eins zuschauen. Und ja, auf jeden Fall, ich stelle jetzt den Timer, weil ich habe jetzt den Blöden, den einzustellen. Im Sarin, im Lumi da. Okay, okay. Also, wir machen jetzt so, wir schauen, ob wir das weiterspielen sollen. Ihr könnt dann liken, ja oder nein schreiben, ob wir weiterspielen sollen, weil, naja, ein Horror. Aber wir haben jetzt keine Facecam, weil, wir wollen ja nicht, dass man ihn schon sieht bei 13 Abonnenten. Und, was sind wir da? In der Bibliothek. Ach nö, nicht schon wieder diese Bibliotheken. Ja, okay. Die Bibliotheken, überall, ja. Hello? Was ist das? Oh, diese Lampen, diese, diese dumme Lampen. Du, mein Salamon. Oh, das hat gerade gerüttelt. Das rüttelt doch immer, weil... Oh mein Gott, was ist das? Du kannst ein bisschen lauter sprechen. Ja. Haha. Ja. Ich glaube, wir müssen hier zurück, ich habe keine Ahnung. Oh, oh, oh. Oh, scheiße, was, was... Oh Gott. Was ist da los? Was, was passiert hier? Hä? Ja. Oh, ich habe so Angst. Da ist, glaube ich, eine Leiche am Boden. Schau mal da. Wo ist Blut? Ich glaube, da musst du teilen. Ah, das ist ein Inwald. Ah, das ist das Haus. Ah, das ist eine Karte. Ja. Und das ist die Eingangshaltung. Moment, hier. Und das ist die Bibliothek. Ah, ich glaube, diese Dinger da, diese, woher so herumschweben wie Geister, das sind, glaube ich, so Wegweiser. Ja. Geh mal zu dieser dummen Tür. Ja. Hä, die Bibliothek ist nicht mehr da. Oh, scheiße, ich hasse Keller. Ich auch, wir hoppen gerade in einem Keller. Boy, ich habe gerade hinter mich geschaut, weil, was läuft das denn? Das ist ein Bild, oder ein Spiegel. Stimmt. Aha. Also könnt ihr hier vielleicht stoppen und dann schauen, was hier steht. Und zuerst spiele ich. Und wenn wir überhaupt weiterspielen, wenn wir den Mut haben, spielt dann 2000 Turbo Boy. Ja. Noch mehr Zettel. Ah, da ist ein Blueprint. Flasche. Boy. Sollte die nicht brechen. Aber egal. Also ich finde, die Grafik und die Sound sind sehr gut aufgebaut. Sehr geil. Ja, für ein gratis Horrorgame. Und was ist hier? Oh, 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 scheiße, oh, oh, scheiße, scheiße, heilige Scheiße. Oh, ah, stirb. Shit of Jesus. Scheiße. Ha, ha. Halleluja. War das Jesus? Glaube ich nicht. Scheiße, dieses Ohrenspiel ist... Lol. So brutal. Oh Gott. Bitte schreib nicht ja. Bitte nicht. Was ist der reinste Horror, soll es ja auch sein? Oh, 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 oh nein. Oh ja. Scheiße. Was ist hier vorgefahren? Was ist hier für Sie? Katalagen. Njam 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 njam. Njam 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 njam. Simsa, ich würde aufpassen. Vielleicht ist jetzt gleich so eine dämliche Puppe hinter dir. Oh nein, Puppe. Nennen Sie bitte Statuen. Ich habe Angst vor Puppen. Puppen, Puppen, Puppen. Oder läuft etwas aus. Scheiße. Statuen. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Hoalspiel spiele. YOLO! Mach schon die Karte! Ja, ja, nein! Was ist hier? Nein! Get out! Ja, will ich ja gerne, aber kann ich nicht. Du hast es gar nicht mal probiert. Scheiße! Was? Was soll das? Da ist, glaube ich... Was ist das? Was? Die Pumpe! Oh, die Pumpe! Oh, scheiße! Oh, mein Gott! Oh ja, Arsch! Oh ja, Arsch! Oh ja, Arsch! Aber wir kommen ja gar nicht raus! Nicht nach hinten schauen, dann kommt sie, glaube ich. Probier mal. Schauen wir nach hinten. Für du! Wir gehen! Du denen sie so... Und jetzt ja diese Nacht werd sich nicht gelungen! Ich schon! Und scha� low! Nein, die Taschei Rappen! Und schon! Entschuldigung! Zurück gehen! Du kannst nicht glaube ich drücken. Der kommt wieder. Keine Angst. Scheiße ist das. Nach hinten. Ah. Noch mehr Baupläne. Baupläne. Jetzt ist wahrscheinlich irgendetwas wieder auf oder so. Nein. Doch doch. Ah. Scheiße ist das schlimm. Ja. Ah gut Licht. Ah schönes Licht. Die Puppe kann glaube ich auch im Licht überleben. Okay. Das nehmen wir so hin. Ah es gibt nur einen zweiten Raum. Geh da mal hin. Ja ja ja. Du kannst mir schon Simon nehmen. Okay. Achieved face of bronze. Ah das sind wirklich Statuen aus Bronze. Da hat er glaube ich was verloren. Das war glaube ich seine Hand. Und durch einen Schack. Ja ja. Ja ja ja. Ich habe etwas in den Schatten gesehen. Versteckt vom Licht. Ich weiß nicht was das war. Aber ich hoffe ich sehe es nie mehr. Egal. Ich glaube das heißt ich wachte in einem anderen Raum auf oder so etwas. Ja genau. Stimmt. Oh nein. Das war glaube ich ein Bett. Sinn. Ach du heilige Kacke. Scheiße der ist da wieder. Hallo. Lol. Arschloch. Mach das nicht. ich habe voll schließlich aufs hand ich glaube dann kommt er wieder was ist das für ein gimp mach die tülle auf und dann bekomme ich einen richtigen ein kollaps nein nein ach du solltest du bei den sich erstmal zurück ja zum glück habe ich nicht so einen riesen kasten was ein riesen kasten riesen oh nein die tür ist zu du wirst du wirst die ist geschlossen die ist geschlossen hä ihr schleich auf einmal ach ne aha umdrehe aber die sind alle tot oder was da ist ne Leiche lol warum kann ich nicht rennen sneaking das ist so wie bei das ist so wie bei mein was war das ein attentäter wurden vielleicht Leute umgebracht die sind jetzt bronze statuen oder sowas nein ich glaube die bronze statuen sind bronze ach ich glaube du bist genug hä die tür ist weg ja ich schlau oh nein scheisse ich hoffe es sind nicht mehrere oder so nicht umdrehen probieren bitte ich glaube wenn man sich umdreht dann kommen die ja ja oh mein gott nein 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 es lässt es aus scheisse nein da drüben ist eine schnur mach die schnur mach die schnur ich glaube wenn es dunkel ist dann kommen wir ich glaube er will dir einen nutzen oder so ah nein 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 wo ist er ist weg das ist jetzt schrägiger brottsau das ist jetzt schrägiger brottsau aber wir hätten das bekommen ich mich ja beim sterben schon ich habe gerade irgendetwas aufgenommen so ein zettel oder so sagen wir sagen der horror der horror schützt sich in der dunkelheit glaube ich irgendetwas sowas unter will der hause nicht nein ich verstehe den sinn der horror lebt in dem schutz von der dunkelheit also wenn wenn dunkel ist dann kommt er zu dir ja wenn er hell ist dann bleibt er stehen wahrscheinlich kommt er in dem raum nicht zu dir im saal weil da ist ja weil du ihn angeleuchtet hast und so ja ich glaube ich bin mir nicht ganz sicher scheisse okay dann hoffe ich das licht geht nicht mehr aus von der taschenlampe weil ich schlafe bestimmt wie ein stein da kann ich ja nichts anderes hat noch mehr blut weg hier du kannst rennen du bist schon Oh nein! Falsch! Gut, hier ist er wieder hier. Oh nein! Türe zu! Aber, boah! Jetzt hat er aber vorgelegt. Ich habe jetzt sowas von... Schießt voll ein bisschen stark, oder? Hm? Es kommen gar keine Tipps mehr. Ja, weil jetzt musst du dasselbe können. Nein! Nein, ich kann das nicht! Aber vielleicht... Hier hingehen? Ja, vielleicht da unten. Also ich würde gar nicht gerne... da hingehen. Nein, zum Glück nicht. Probier mal da oben, Simon. Ja. Nee, nicht. Aber tut mir das nicht. Puzzle gehen! Warum? Warum dann jetzt das nicht? Nein, warum? Das... Ah, vielleicht da hinten. Oder vielleicht brauchen wir noch ein weiteres Teil. Weil er hat es ja zwei Plätze. Ja. Ja, ich glaube wir brauchen noch ein weiteres Teil. Aber wir haben keine Schuhe angezeigt. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ja, da oben war eine Tür. Ganz... Ich glaube nicht. Ich will jetzt mal... Oder hier... Ich will mal schauen, was... Hier ist... Ja genau, du willst schauen. Hier... Drücke er... Drücke er... Nicht hauen! Oh... Das ist... Nein, das ist geschlossen. Dann geh auf die andere Seite. Ah, da hinten ist eine Tür. Ich habe so Angst vor diesem Stato. Ich finde die putzig. Nein, schloss. Aber kann er es sagen? Auch geschlossen. Aber ich kann dir sagen, schon logisch, hast du keine Angst. Weil ich nicht spielen will. Du spielst es auch gut. Ja, spielen ist immer doppelst. Es ist auch so. Ich bin der Tippsgeber. Wenn ihr... Da ist eine Tür. Oder was bringt das so dumm? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall... Es ist halt so... Das die wuchs. Staubige Bücher. Ich mag staubige Bücher. Probier das nochmal mit diesem Kopf. Oh, der ist sehr offen. Oh, der ist sehr offen. Okay. Okay, probier das auch mal. Komisch. Da ist die Tür offen. Oh nein, ich bin nicht in den Weinen. Da ist noch ein Eingang. Da ist noch ein Eingang. Drehen. Nochmal drehen. Ja. Ich glaube, das haben wir schon mal ausprobiert. Schau mal hier. Hier ist so ein Stück. So und so. Ich glaube, hier geht es nicht mehr weiter. Aber hier ist noch eine Tür. Aber das ist ein Schatten. Hier werden auch schon Schatten. Schau mal. Hier werden auch noch Schatten. Ja. Probier mal den Schatten hier hinzufügen. Und vielleicht ist das noch zum Infektieren oder so. Ah, nein. Du kannst, glaube ich, mit denen kannst du wieder die Dimension verändern. Nimm nochmal das. Rauf und jetzt gibst du das da unten hin. Geh. Ah. Das ist ja. Du bist wie der Bestimmer von dem Haus. Das ist ja. Nimm nochmal das obere Teil. Dann kannst du das auch hin machen. Dann hast du überall gesehen. Nein. Das ist ja echt geil gemacht. Das ist geil. Und wie weißt du das? Das ist super. Ich habe geraten. Weil ich habe gedacht, vielleicht kann man das ja weg tun. Und dann kann man das woanders hin setzen. Man sieht sich, dass man einfach da hat. Es gibt manche Horrorspiele, da kann man das. Habe ich gedacht, vielleicht ist das auch jetzt so ein Horror-Game. Ist das geil. Nein. Nein. Jetzt musst du schon wieder in den nächsten Raum. Hahaha. Das ist nicht schön. Jetzt ist die Tür wieder zu. Jetzt saugt es dich da wieder rein. Nochmal Bibliothek. Der Library Model. Ich habe das Bibliothek-Modell gefunden. Aha, aha. Irgendwas Zeug halt. Irgendwas Zeug, was uns nicht interessiert. Nein. Das ist alles wichtig. Verspielen gleich. So. Und jetzt bleibe ich hier rein. Jetzt schieben wir hier. Voll spuk. Äh. Fertis. Zieh es mal. Probier es mal heraufzuziehen. Nein. Okay. Ah, hier. Ah, ein Kot. Ein Kot. Ah, vielleicht muss ich das so reinschieben, indem wir da hinwenden. Weil irgendwie so funktioniert das nicht. Dann probieren wir nochmal mit dem unteren da. Mittel. Ja, klar. Jetzt auch schon mit dem anderen. Jetzt ist es drin. Ah. Ah. Ich muss jetzt den anderen. Es ist... Ah. F. 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 Hä? Hä? Was? Der ist hinter den Büchernregalern zu dir gegangen. Ich kann nicht wenden. Der Spinn. Oh Gott. Das Bronze, das Scheiße. Scheiße. Delicious. Nee. Du musst also aufpassen, die sind glaube ich so intelligent, die gehen extra aus deinem Sichtwinkel heraus. Ja, ich glaube auch. Schau, jetzt kommt er gleich wieder von hinten, der wäre jetzt da. Versehen. Können sich die teleportieren? Der ist jetzt hinter dem Regal gerannt. Aber ich meine, der ist von einer Sekunde von da hinten bis hier hin. Ja. Ja, das ist halt so wie es Ländere zwar. Das ist ja glaube ich die gleiche Firma oder so. Ja. Ja, das ist auch gleich voll fein. Nee. Nee. Lol. Das ist glaube ich so ein böser Fisch. Nein. Erst wieder so ein Kot. Jetzt muss ich wieder bei allen den Büchern probieren, um die nächste Tür zu öffnen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ja so wie Zelda. Erst wieder... Boah. Scheiße. Das ist... Das Spiel ist hunderttausendmal schneller als Rennen. Nein, wenn es ein Gewinner so kann. Aber das macht einen richtig Schiss. Ja. Das ist nicht mehr nett. Das ist böse. Wie ist das? Wo ist das? Das darf ich sein. Ich hoffe einfach, dass hier keine Batterien gibt. Okay, jetzt verschwindet er gleich wieder. So ein Kripp. Ja. Ja. Oh, ja. Leckert. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, wir machen jetzt hier einen Cut. Und wenn ja, dann machen wir nochmal eine Folge. Ja. Ja.